Hallo! 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 Am your nuestras schon kommt zu meidän childhood DB mit den üblichen Mongos! Hallo your Sporsten! Huci! Äh, heut gut recherchon ist Traitor-Tester! Quote, war rot nicht Traitor-Tester? So, ich wir uns nochmal versuchen! einmal stadt mh 26 10 95 ja super da karon egal und die resten mongos unter felix ja ich brauche so ich nehme jetzt im moment flüssig mit 30 fps im moment ja klar total auffällig total auffällig irgendjemand hat eben geschossen der ich gerade neben mir gestanden total auffällig ne alter leck er jetzt da felix und mongo oder ich was also fast ihr fragt warum ich losseite umgebracht habe er hatte gerade den traiter tester benutzt und war traiter ich weiß wo gibt es mir in der pumpe der wusste es halt nicht und ich meine aber und bitte haltet euch diesmal die regeln dankeschön ja hallo mike daniel wo ist die reiche knutschi knutschi mussten wir nicht zeigen dass du die versteckst du nicht warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal alter einer ist gestorben was 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 ron du gehst von mir weg bei 6 2 bei 6 glaube ich 2 oder ja alter verpisst euch alter ich freu ich es nicht warte mal warte mal laghi hat sie letztes dass er gesagt hat das es ist toby wenn ich wär's hätte ich schon längst geschossen aber yolo laghi ich hab hier den rifel und hab ihn ungebracht und der ist traiter du trotter ok ja er ist traiter könnte jeder geil er hat einen timeout gehabt super hä wo ist er überhaupt ein traitor Felix. Ach scheiße, das ist nur ein Sech-Endred-Yol-Channel. Boah, Jungs. Spinnst du nicht? Mir läuft der Tobi die ganze Zeit hinterher. Ich habe Angst, dass es der Tobi ist, weil der M läuft mir die ganze Zeit hinterher. Ja, jeder läuft im Moment hinterher, aber YOLO von dem her. Ich lauf einzeln. Jeder lauf einzeln. Ja, schau. Weißen, Schafschutz, Gewehr, Suche. Das ist kein gutes Versteck. Oh, scheiße. Ja, kein Versteck. Oh! Versteck-Pool Versteck. Wir kommen schon aus dem Wasser raus, Alter. Ari, Ari, komm her, komm her. Hier, hier, hier. Aha. Wer hat ja geschossen? Hier ist Blut auf dem Boot. Hey, Daniel, hier. Ari, hier, hier siehst du uns. Hier merkt uns niemand. Scheiße. Wie komm ich noch aus dem Wasser? Ari, wo bist du? Kletter! Wie komm ich noch aus dem Wasser? Ron, was machst du da? Die ganze Zeit leertest du Spam und dann Steuerung. Dann kommst du irgendwann mal raus. Also ihr seid bei mir alle gleich laut, habt euch alle auf 3 Dezibel gestellt, ne? Wo seid denn ihr alle? Ich seh euch gar nicht. Ja, ich lauf irgendwo im Wasser rum. Gehst du schwimmen? Ich stinke bissel, muss man meine Tageswäsche machen. Wo bist du, Ari? Ron ist ein Fisch über wir uns, ne? Hallo. Oh, WTF. Weil du gerade durch die Luft schwimmst. Oh, yay! Agi, das ist das perfekte Versteck. Alter. Noch ein bisschen wegschieben. Alter. Warte, Agi. Warte, Agi. Ich schmeiß den NC. Warte, ich hab ne Disco. Ich glaub, wir sind alle irgendwie ein bisschen Dreck, dass man ein bisschen ins Wasser müssen. Schwimm ich wirklich? Nein! Ja, du schwimmst. Guck mal, wenn ich springe. Ja, ich seh. Ja, ich seh. Ich hab ne Glocke, ich hab ne Glocke. So, bin wieder raus. Äh, M-H ist es. Okay, ist es M-H. Ja. Daniel ist inno. Ja. So oder so. Ich hab da nen Traitor umgebracht. Welchen Traitor-Test das Rot angezeigt wurde. Vielleicht wärs auch wunderschön gewesen, wenn du... Wir sind noch 6 Leute, ne? Jetzt sind wir noch 5. Okay, einer ist ja gestorben, ne? Du müsst hier normalerweise theoretisch einer sein, ne? Also Ron hat gerade eben gesagt, M-H ist Traitor. Und der ist sehr verstummt. Ja, das kann jeder sein. Schieres Problem, ne? Wer schießt nach mir? Alter, Spaß. Agi, wo bist du? Was? Keine Hintergrund-Geräusche, Alter. Ich weiß es nicht. Folge dem Ninket-Trail. Ist das Sony-Style? Das ist Sony Schweiß... Äh. Sony-Style. Sony-Styles Gaming, Mann. Sony-Style-Style. Ohne witzig. Das ist Pony-Styles Gaming. Mein little pony, oder was? Agi! Agi! also warte mal, es sind jetzt zwei Tod? Ne warte, der Freundes Tod ne? Das heißt der Traitor hat jetzt noch 40 Sekunden. Der Traitor ist dahinten, der ist beim Boiler Room. Oh man ey, ich glaube die Runde geht schnell vorbei. Fick, ficken, ach man. Die Runde dauert schon über 5 Minuten. Ja, die Runde ging ganz schnell vorbei. Ja der ist beim Boiler Room, so die Schweiz schießt. Ja, gleich wenn jemand schießt, ne. Ja, ist klar. Tobi, spät. Es kann jeder sein, aber von dem her, YOLO. Naja, also Ron hat gesagt, es ist MH. Und dann ist er bestimmt. Und ich habe seine Reiche gesehen. Da kann jeder das sein, aber von dem her. Das ist Tobi. Ja klar. Immer auf die Kleinen, ne. Auf die Kleinen mit dem Pimmel, wenn er einfriert. Jetzt heiß ich Ron? Habe ich nen Namen? Ja, ne oder? Klar. Aber der ist tot. Wer ist der Ron? Agi? Agi, der Sony ist er verfolgt, Greg. Ich weiß nicht. Ja der Ron ist tot, ja. Agi, du hast ihn gesehen. Ja, so. Was? Du hast ihn gesehen, der Sony ist er verfolgt. Ja, der Sony ist er verfolgt, ich habe Angst. Ui. Tja. Ich werde vielleicht Liebe, würde ich machen. Ach ja. Was? Du hast 10 Punkte gegeben, um zu spielen auf diesem Server. Was? Nö, okay. Noll. Wer war Traitor? Ich. Aber weißt du warum ich mich versteckt habe? Weißt du warum ich mich versteckt habe? Weil ich noch ein halbes Leben hatte, alter. Ich sag, ich stay, alter. Und zu dritt. Hör doch auf, nein, das tut zu weh, nein. Nein, Agi, Bredo. Mike, du stirbst. Es tut zu weh, bitte. Aber ich habe doch gesagt, MH ist es. Sorry. Und dann alle erst mal, ja, Sony ist er jetzt gekommen. Ja, ja, das wäre eigentlich ganz verstanden. Warum sagen die das jetzt? Ich habe doch gesagt, MH ist es. Ja, ich habe doch auch gesagt, MH ist es, aber er hat mich verfolgt. Nein. Nein, wenn ich mich verarsche. Gibt es denn hier eine Pumpe? Hier hinter oder am Tisch? Ich habe eine Pumpe, tausche gegen einen Schott, äh, gegen einen Rifle. Hier ist eine Rifle. Oh, alles nehmen, alles nehmen, so. So. Judo. Eure Körper sind alle schwarz. Schwachkäppe. Schwachkäppe. Tauscht dir mal einen Shotgun gegen Rifles? Schwarze Rifles. Sieht ganz cool aus. Schwachkäppe. Sehen aus die Taucheranzüge. Hoi. Nigga Deadpool. Ah, hallo. Alter, die, die, die Charakter, also. Äh, ey, ohne Witz. Wer schmeißt hier schon so eine Grenade? Wir haben gerade, wir haben gerade ein N-Wort gesagt. Was? Ich habe nichts gehört. Ja, irgendjemand hat gerade eine Grenade. Ja, meine Aufnahme ist hier. Deine ist eine Pumpe, die nehme ich mit. Hoi. Meine Pumpe. Meine. Oh, auf. Ob man eine Brandgranate ins Wasser schmeißen kann und das dann brennt? Ja, kann ich ja mal versuchen, wenn du willst. Kann ich ja versuchen, wenn du willst. Kann ich ja versuchen, wenn du willst. Ich habe mir einfach angeschossen. Ja. Dann. Eine Pistol, ein Mistel. Äh, kann es sein, dass er, wenn wir es nicht tun hat? Oh, es ist ja schon wieder verletzt. Weil ich schon irgendwie gerade von irgendjemand eine Granate irgendwie bekommen habe. Ja. Granate. Ja, meine Diegel ist heilig. Zieh mal rein, wie du läufst, wenn du ziehst. Warte. Glock. Ah ja. Chillen. Wir alle da hinten in der Ecke rum chillen, oder was? Grinchina. Äh, Rifle. Da hat gerade, wer ist das? Wer ist das? Da hat gerade geschossen. Chillen. 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 Alter. Chillen. Wer schießt das? Alter. Fick ich sie. Flo, wieso schießt du? Beschissenes Blackie hier. Wieso schießt du mit deiner Pistole? Achso, ich bin jetzt hier da. Ich bin jetzt hier da. Äh, ich bin jetzt hier da. Oh, das ist ein Traitor-Tester. Anfänger. Ich war in der Preparing-Phase, im Tester und wurde mitten im Tester-Tester. Oh sexy, ich wutsch gerade Ja geiler Vogel Also MH ist No Ich dachte wir machen ohne Traitor-Tester Ach hier ist ja eine ganze Familie Ganz familiär hier auf Versammlung Ja und? Oh, hallo Was? Sorry, Sam, was war denn? Warum, 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 warum. Oh, die Rutsche ist geil, Alter Hallo, du, Ergenwälzen, ja, mit dem Hut auf dem Kopf Ach, ich geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal Ihr hört die ganze Zeit durch Traitor-Tester, wisst ihr das, ne? Ist voll lustig Boi, ich voll lustig, ich will auch mal rutschen, Alter Ja, das ist gut, dass es gar nicht mal vertrauen Ich hab' auch mal verstanden, ich will auch mal lutschen, Alter Ja, hab' ich jetzt auch grad verstanden, aber Jolo Was ist da, was ist da? Wo? Ich hab' keinen angeschossen Huch, Alter Huch, Felix Der kommt ja schon runter, der hört einen nicht mehr Alter, X gab' ich mal, er ist bei Spectators Der eine macht Spaß, irgendwie gegen die Wand zu Traitor-Tester mit meiner Pistel rumschießen und auszusehen eintreffen Hallo Mike, alles klar? Ron, wo bist du? Der schmeißt ja mal die Waffe gegen die Wand Die Waffe? Ja, irgendwie gegen die Wand grad Ich war grad im Euler-Room, bin da raus Der Trader hat noch einen, Rutsche, Rutsche, Rutsche Alles nur, Werf, zurück Oh, Mann, ne �� Wenn ich sterbe, ist es Styleds. Styleds, mehr kommt nicht geil. Ich will nicht ins Wasser, vielleicht ist es Snow. Komm, geh mal schwimmen, ich glaub du stinkst ein bisschen. Agi, da kommt doch erstmal Dampf raus und man hört's aber. Ja, super. Sieht man eigentlich schon meinen Hut? Ja, ja, Simon. Oh, sick. Sechse. Oh, Alter! I wanna be your traitor. I wanna be your traitor. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Snow. Also, gönnt euch. I don't wanna be your traitor. I don't wanna be your traitor. Snow verfolgt mich, wenn ich sterbe, ist es Snow. Schön die Tür zu, mach's das super. Hallo Flo. Hallo Flo. I wanna be your traitor. Oh, Alter. Äh. Tobi ist es, Tobi ist es. Es ist Tobi. Er ist zum Abschluss freigegeben. Wurde ich gerade am Schießen. Alter! Snow ist es. Agi. Ich bin Agi. Wo ist er? Scheiße! Scheiße! Leckt mich! Leckt mich! Keine Mutti! Keine Mutti! Keine Mutti! Ja, aber Arsch! Seid! 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 Ne, 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 ne! Tobi und? Agi war's! Agi! Ja! Alter! Dein ist der Pussy! Hui! Der eine muss jemand schwimmen hier! Weil du von hinten kaufst! Pfff! Agi kaufst! Agi, ich hab dich von hinten mit einer Sniper, äh mit einer M60-Sniper, ja! Und war von einer M60-Sniper? Gigi! Ja, wenn er in 16 ist, ne? Was ich? Also, ich weiß immer, der, der immer so'n großen Hut hat, dass ich da unter Mike... Nein! Hier liegt der Shotgun! Ja! Meine! Ach, das ist noch einer, da renne ich jetzt grad hin zur nächsten Shotgun! Das fällt so gut! Toll, ich hab nur ne' Klop, dein Ernst! Random Gun! Och, Menno! Ich brauche was... Ich brauche was dickes! Oh, ja! Die hakt, die ist geil! 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 Trader! Trader! Die geht, dann bin ich glücklich! Ich will Traitor! Jaaa! Ah, ihr seid wieder Traitor! Oh, Alter! Ich will die Traitor! Okay, bald! Geh ich jetzt erst mal selbst vor? Alles, keine Lizenz, zwei, Musik! Ich will die Traitor! Ich will die Traitor! Ich will die Traitor! Ich will die Traitor! Dann sind wir, hör rum! Wer ist denn das da, Alter? Was ist die da? Ja, M.H. Ich will das auch nicht sagen! Ich will die Traitor! Schau mal, doch keine Diegel! So! Traitor! Traitor! Mike steht einfach mal rum! Ich will die Traitor! Ich will die Traitor! Ich will die Traitor! Keine Diegel! Keine Diegel! Oh je! Nein! Ich will die Traitor! Ich will die Traitor! Ich will die Traitor! Ich lauf da vorne! Ach, guck mal an! Hallo! Jaaa! Was ist? Guckt auch oben zur Rutsche! Da, wo auch der komische Regler ist! Ja! Ihr seht mich! Zumindest du, Daniel! Ja! Kannst du so sein! Super! Hast du ganz selbst noch begangen? Der hat sich ganz selbst umgebracht! Wo ist er? Ich war verzeifelt! Ich muss erst mal mich selber umbringen! Warte, ich muss gar nicht zu ihm kommen, ohne dass ich sterbe! Moment! Ja, guck! Ja, da liegt er! Hier liegt er! Hier links von mir! Leg! 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 Hier liegt er! Hier! Ja, genau da! Ja, genau! Wie funktioniert denn dieser DNA-Scanner da? Hagi, dein Ernst? Wie funktioniert denn? Ich war wirklich innocent! Was? Er war innocent und hat sich selbst umgebracht! Ich fahre schon an! Dein Ernst! Was, wenn's grün anzeigt? Wie kann man hier hoch, Alter? Da ist mein innocent! Ah, so jetzt, okay! Ah, da weiß es ja, wer es ist! Huiiii! Ja, guck mal hier! Ja, aber wir haben die Rede gemacht, dass wir keinen... Oh Mann, Snow, was machst denn du? Deswegen... Ich bin Detective, also DNA-Scanner! Das ist auch, das ist auch ein Traitor-Test! Und den berichten wir auch nicht! Ja, und? Ja, gerade wer gestorben? Ich hab gerade Todesschreie gehört! Ja, Snow ist... Ja, okay, Snow tut mit sehen! Äh! Ja! Du hast es runtergefallen! Wir können es erst nachprüfen! Gerade hier sind jetzt zwei gestorben! Der Ron ist schick! Ja, ja! Der Torbi ist es! Ja, klar! Gleis heißt wieder... Alter! Nein, ich will mit ins Wasser! Ich bin schon gewaschen! Pfui! Oh, muss man hier ein paar... Leute mute hier beim... Oh! Fuck! Das war jetzt falsch! Oh, Alter! Wer leckt denn hier wieder so dermaßen? Das ist gerade ein bisschen scheiße! Das ist gerade ein bisschen scheiße! So! Wie viel sind noch im Rennen? Was? Nur vier? Dein Ernst? Nein! Nein! Alter! Ich will nicht schwimmen! Ich habe schon geduscht! Der wird da... Hey, dein Ernst! Snipern! Und ich spring zu weit und rüber und runter! Nein! Etwa! Tja, Ron! Scheiße, ne? Wenig! Wir können ein Schreiben, Alter! Mit U, wenn man nicht tot ist! Ja, aber sehen nur... Sehen nur die Leute, wo eben tot sind, ne? Agi, aber warum hast du dich selbst umgebracht? Ich hatte super zu sein! Rival Bitches! Ach, dein Ernst! Ich habe keine Shotgun! Ich gehe jetzt Suizid-Brick, eh! Ich habe keine Shotgun! Mike, super Hut, eh! Shotgun! Ja, ich habe einen Shotgun! Was für eine Wise, Agi? Was für? Meine Shotgun! Kotze! Nein! Shotgun! Wer hat meine Shotgun gesagt? Nee, das war ein Shotgun! Geh ich ja schon los! Ich bin Detective! Weiß wohl! Ich finde, Agi wird immer wieder Selbstmord beginnen, wenn er kein Traitor ist. Also das bedeutet, solange er kein Selbstmord begeht, ist er Traitor! Ja, das wird total auffällig, auch von dem her, YOLO! Der Mike hat... Der Mike hat so einen super Hut, Alter! Du wirst ja von Anfang an klarstellen, dass ich endlich... So ein gelb... Alter! Es lag immer so behindert! So, jetzt... Der wurde von irgendjemand angeschossen! Was? Ich... Alter! Alter, was machst du denn jetzt? Ich hab schon das Wort! Wer war das jetzt? Ja, was ist Agi? Snow! Keine Venom-Kennetz! Dankeschön! Äh... Randoms sind ja verboten, oder? Randoms sind ja verboten, oder? Wenn man sich nicht sicher ist, ne? Bring mich um! Ich bin innocent! Kannst du gerne gucken! Mach ruhig! Wo bist du? Bring mich um! Superhot! Es wäre ein bisschen zu einfach, aber von dem her... Agi ist superhot! Komm! Du spielst dir doch an! Wen hab ich grad angeschossen? Daniel, schieß mich um! Ich bin innocent! Ne, ich bin selbst innocent! Ah ja! Ah! So, Tür auf! Hab ich grad angeschossen? Hey! Oh! Oh! Hallo? Ja! Ich hab keiner angeschossen! Da ist der Mike mit seinem Zuckerhut! Dobi, hast du angeschossen? Aua! Was? Agi! Ich nicht! Ich hab dich gesehen, wie du's gemacht hast, Agi! Was? Guck mal! Noch keiner gestorben! Werde angeschossen! Hab ihn! Warte! Durchsuch ihn! Ich guck, ne? Ja, ja! Durchsuch ihn! Oh je, oh Mann! Twitter, 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 Twitter! Einfach nur E drücken! Ja, Twitter gab es das an! Twitter ist er! Du hast ihn nicht richtig durchsucht! Doch! Twitter ist er! Guck doch selbst! Wie sie alle ausrascht, ey! Guck doch selbst! Wenn du einfach E drückst! Denn du suchst ihn für alle! Oh Mann! Jetzt hast du! Ich hab Alt und E gedrückt, du Held! Ja, deswegen! Verhalten! Wie sie aufsteh! Er ist ein Jahr, das ist passiert! Wer hat sich nur für alle! Er spürt! Er ist ein Jahr! Untertitelung des ZDF für funk, 2017